Genau, also es hat viel mit Kommunikation zu tun. Es ist ja auch wirklich nicht leicht, ein dynamisches System zu spezifizieren, also sprich Software irgendwo so zu konzipieren, dass jemand anders weiß, was man meint. Deswegen sind ja auch Wireframes leider immer so ein bisschen das erste Mittel der Wahl, weil das kann sich ja noch jeder vorstellen. Jetzt ist es bei uns aber so, wir haben zum Beispiel eine ganz klare Unterscheidung zwischen Visual Designern, die wirklich Ästhetik und Grafikdesign auf ganz hohem Niveau beherrschen. Die können auch Motion Design, die können auch animierte Icons, also wirklich etwas, was, ich würde jetzt mal sagen, einfach auch eine Kunst für sich darstellen. Und dann gibt es natürlich die Konzepte, die stärker modellieren, Informationsarchitekturen machen und so weiter. Wenn man jetzt aber als Wireframer das Ganze angeht und sagt, ich habe hier ein Bildboxen in Boxen in Boxen in Boxen geschachtelt, kannst du das mal schön machen? Was kommt da raus? Schöne Boxen in schönen Boxen in schönen Boxen. Und da halte ich halt gar nichts von. Und ich glaube, beim Konzept geht es darum, diese Unique Idea und diese Essenz des Konzeptes auf den Punkt zu bringen, da ein bisschen auch eine Vision mitzugeben und dann den Visual Designern und den Artisten quasi auch ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, das visuell neu zu denken. Und ich sehe das in anderen Disziplinen, Film und Gaming, da gibt es ja dann auch noch Audio-Menschen, da gibt es ja auch noch Leute, die einfach nur Charakter animieren. Und auch die arbeiten ja auf ein Ziel hin und machen ganz, ganz viele Disziplinen, die für sich eine Kunst sind. Und so sehe ich UX-Design immer mehr. Das ist eine Kunst aus vielen, vielen Disziplinen. Und nur wenn die Kette, die Lieferkette funktioniert, wird hinten auch User Experience rausfallen. Und wir sind schon noch hier aus. Und wir sind im 50- хлön.